Was ist die Firma Kuhn-Rikon? Die Firma Kuhn-Rikon beschäftigt sich tagtäglich mit Küchenartikeln, entwickelt diese und produziert diese auch. Das Gründungsjahr war 1926, aber bereits 1899 wurden die ersten Kochgeschirre an diesem Standort hergestellt. Wir möchten unsere Kunden begeistern, wenn sie unsere Artikel in der Küche nutzen und das jeden Tag. Ein Anspruch, den wir versuchen im Rahmen der Entwicklung, aber auch in der Produktion zu erreichen. Damit wir unsere Produkte erfolgreich und effizient entwickeln können, benötigen wir auch das richtige Werkzeug. Das haben wir seit über 15 Jahren von der Firma PTC. Im CAD können wir sehr schnell unsere Produkte aufbauen, Prototypen ausdrucken und mit diesen Prototypen Kundengespräche durchführen. Basierend auf diesen Feedbacks, die wir erhalten, können wir dann die Entwicklung vorwärts treiben. Die Zusammenarbeit mit INEO ist bereits über 15 Jahre alt. Und was uns besonders freut, ist, dass wir über all diese Jahre immer wieder die gleichen Ansprechpartner haben. Das hilft uns in der täglichen Kommunikation, im Verständnis. Aufgrund der Einfachheit des Systems von Creo können wir Anpassungen sehr schnell und effizient ändern und gleich auf dem 3D-Drücker ausdrucken. Aufgrund der verschiedenen Schnittstellen zwischen Creo Parametric und Creo Prismatic können wir gleich Änderungen sofort einfließen lassen. Und somit die Werkzeuge dementsprechend, wie wir sie aus der Konstruktion wollen, gleich ändern oder neu herstellen lassen. Durch die schlanke Struktur und die einfache Bedienung in allen Bereichen sparen wir Zeit vom Design über die Entwicklung bis zum fertigen Produkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017